Wir haben keine Ent- oder keine Deglobalisierung, wir haben eine Fragmentierung der Weltwirtschaft und damit bin ich genau im Fahrwasser der Welthandsorganisation WTO. Aktuell hat genau das auch der Chefvolkswirt der WTO, die in Genf ansässig ist, behauptet. Warum sage ich das? Dafür müssen wir auf die Welt schauen. Ich schaue immer auf der Basis Kaufkraftparität, weil das ist die einzig belastbare Größe, nicht in Dollar-Terms, sondern Kaufkraftparität. Das passt dann auch zu den Rohstoffverbräuchen und so weiter auf der Welt. Auch der IWF bedient sich dieser Statistik. Und demnach hat der globale Süden jetzt ca. 70% Anteil an der Weltwirtschaft. Und der globale Süden, diese 70%, die für 88% der Weltbevölkerung stehen, globalisieren sich weiter und schaffen sich auch Organigramme mit BRICS Plus oder Shanghai Corporation oder mit RECEP, den Freihandsabkommen, demnächst mit Zahlungssystemen etc. Also dort läuft die Globalisierung weiter und die Globalisierung hat Wohlstand geschaffen, Effizienzen geschaffen, in einer Form wie nie in einer anderen Phase zuvor. Das heißt, 70% der Weltwirtschaft, da die aber mit mehr als 4% wachsen und der Westen und mit anderthalb demnächst 75, 80%, die globalisieren sich weiter. Und jetzt ist das schon die Antwort im Grunde genommen, die ich damit gebe. Diese Idiotie im lateinischen Sinne, geistiges Einzelgängertum, diese Idiotie der Fragmentierung, dass wir uns davon abschneiden, ist nichts weiter als eine masochistische Selbstgeistlung ökonomischer Natur mit Wohlstandsverlusten, konnotiert allen voran für Europa, weniger für die USA, weil die USA autark sind. Wir, Deutschland, aber auch Europa, Kontinentaleuropa allen voran, haben ein exportseitiges Geschäftsmodell, aber sind importseitig abhängig. Wir hängen wirklich wie keine andere Region der Weltwirtschaft an dem Thema offener Märkte für Rohstoffe. Wir kaufen hier Rohstoffe ein, halbfertig waren, die wir hochenergetisch veredeln, um sie dann wieder an einem freien Weltmarkt zu verkaufen. Und jetzt schränken wir quasi unsere Einkaufsmöglichkeiten ein und gleichzeitig unsere Absatzmöglichkeiten. Wir korrumpieren, korrumpieren das deutsche und das europäische Geschäftsmodell. Und von daher dürfen wir uns nicht wundern, dass das, was jetzt passiert, passiert. Die Eurozone, aber allen voran Deutschland, auch innerhalb der Eurozone, fällt in einer Form zurück, wie es vor zehn Jahren undenkbar war. Vor zehn Jahren war Deutschland das Paradeviertel der Eurozone. Wir haben es geschafft, in zehn Jahren durch diskretionäre, nochmal diskretionäre Politik, durch unsere Politik, die Standortqualität von Top auf das Übelste innerhalb Europas herunterzuwirtschaften. Chapeau, da muss man sich Mühe geben, das schafft man nicht. Und das schafft auch nicht jeder. Also wir sagen jetzt ja, wir wollen uns von Russland und von China unabhängig machen. Frage, haben Russland und China uns je erpresst? Nein. Nein, haben sie nicht. Welches Land hat versucht, uns zu erpressen? USA. Die USA. So, wir machen uns jetzt also bei LNG abhängig, obwohl jetzt schon Biden gesagt hat, die zukünftigen LNG-Verträge stehen noch in den Sternen. Und es kann sein, dass das gar nicht geliefert wird. Und jetzt frage ich mich, haben wir damit eine nachhaltige Energieversorgungssicherheit hier? Nein, haben wir nicht. So was aber, wir sind der hochenergetischste Industriestandort der westlichen Welt, haben die höchsten Preise, sind also da schon nicht konkurrenzfähig. Und jetzt haben wir auch keine nachhaltige Energieversorgungssicherheit, kurzfristig ja, aber keine nachhaltige Energieversorgungssicherheit. Welches Unternehmen soll hier vor diesem Hintergrund investieren? Wir leben seit 300 Jahren in einem energetischen Zeitalter. Das heißt, jeder Fortschritt und jeder Wohlstand ist korreliert mit dem optimierten Energieeinsatz. Und wir schießen uns gerade hier als energieintensivster Standort raus und wundern uns dann vielleicht noch, dass das mit den Investitionen nicht so hinhaut. Und das ist das Elixier, das für die nachhaltige Wirtschaftskraft von elementarster Bedeutung ist. Wo sind hier die Wissenden? Wo? Wo sind die Menschen, die Komplexitäten verstehen? Weil hier geht es um Verantwortung, nicht nur für die aktuelle Bevölkerung, auch für die kommenden Generationen. Weil wenn diese Strukturen wegfallen, Aristoteles, strukturbedingt, konjunkturbedingt Einkommen, wenn diese Strukturen wegfallen, dann kommen sie nicht einfach wieder, weil wir so freundlich und nett sind. Man muss differenzieren. Das eine sind Volkswirtschaften. Und dann können wir sagen, ja, der globale Süden, allen voran Asien mit mehr als 5 Prozent Wachstum, globale Süden mit 4,1. Laut IWF-Prognose, das ist das Zugpferd. Der West mit anderthalb. Da muss man sagen, wenn ich nur nach Volkswirtschaft gehe, muss ich da investieren. Und Europa und USA lasse ich hier links liegen. Wir müssen schauen, wie sind Unternehmen aufgestellt. Heute, wenn wir uns die Indizes anschauen, S&P, Eurostocks, das sind globale Player. Und wenn wir uns anschauen, was macht denn BASF, verlagert von Ludwigshafen nach China. Ich finde das toll, irgendwann wird Ludwigshafen Museum sein. So wie Neuichs Schwanstein hat ja auch funktioniert. Das war jetzt Ironie an der Stelle, Entschuldigung. Also wir müssen das Sujet, den Zuschnitt nehmen, wo sind die Unternehmen tätig, wie partizipieren sie davon und nicht danach, wo domizilieren sie. Und ich glaube, dann kommt man zu einem Mix, wo man nachher über Scorecards oder sonst etwas die besten Unternehmen herausfiltern kann und dann eben auch die kurzfristigen Themen, die noch kommen, kurzfristig oder mittelfristig oder sogar langfristig, künstliche Intelligenz und dieses und jenes, aber das für den Rohstoffsektor auch, diese Dinge mit dem, das bleibt jetzt unter uns, was ich erzähle, okay, unter uns. Der Hammer ist, wir sind seit 2017 in einer globalen Unterinvestition. Erst bedingt durch Donald Trump, Sanktionspolitik nach Gutsherrenart, dann Corona, dann die Kriege. Die Unternehmen haben nicht so viel investiert, wie sie müssten. Wir sind in einer nachhaltigen Unterinvestition. Und das bedeutet, wir werden auch für die grüne Transition irre viel ersetzen müssen. Wir brauchen also die Old Economy, um überhaupt die ganzen Strukturen aufzubauen wieder. Und da bin ich genau bei dem Thema Rohstoffe. Meines Erachtens ist das ein sehr stabiler, widerstandsfähiger Sektor jetzt, wo es immer mal kurzfristig Schwäche geben kann, aber diese Schwäche ist Chance. Ich will noch ein anderes Thema für Investoren aufmachen, weil das ist ganz wichtig. Wir schauen immer auf das reale Wachstum. Weltwirtschaft 3,1 Prozent, IWF-Prognose, 3,1 Prozent. Und da wird gesagt, jetzt auch aktuell, eigentlich war der Durchschnitt 3,8 Prozent früher. Als wir aber 3,8 Prozent hatten, hatten wir eine globale Inflation von 2,5 Prozent. Was ist wichtiger für Unternehmensbewertung? Das nominale Wachstum, also inklusive der Inflation, oder das inflationsbereinigte Wachstum, auf das wir an sich immer schauen? Bereinigt, genau. Nein, das nominale. Warum das nominale? Letztes Jahr hatten wir ein Wachstum in der Weltwirtschaft 3,1 und eine Preisinflation weltweit von 5. Da hatten wir also ein nominales Wachstum, 8,1 Prozent. Das wird abgebildet in den umsetzenden Unternehmen, der starken Unternehmen. Punkt. Dieses Jahr haben wir 4 Prozent Inflation plus 3,7 Prozent nominales Wachstum. Das ist der Grund, warum die Märkte auch weiterlaufen. Denn Teile der Inflation belasten die Unternehmensergebnisse sofort, zum Beispiel Öl, Energiepreise. Aber die Löhne, die gehen zeitversetzt. Viele Dinge kommen zeitversetzt erst rein. Das heißt, ich kann meine Preise erhöhen, ich habe aber vielleicht auch meine Lieferverträge auf drei Jahre, ich kriege weiter das Günstige oder ich habe ihn für zehn Jahre refinanziert, mich trifft gar nicht der Anstieg der Zinsen. All diese Dinge, die spielen dabei eine Rolle. Und deswegen ist an sich die Betrachtung des nominalen Wachstums, wenn wir über Aktienmärkte reden und Investorenchancen, viel wichtiger, nicht solitär, aber viel wichtiger, als es bisher in der Diskontierung berücksichtigt wird. Okay. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister. Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streb ein. Herr Streb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv. Ich habe ein Verzugsgeber,